mal seid ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge transport fieber freut mich dass ihr eingeschaltet habt wir werden heute die zwei städte anbinden zumindest welfer zu dann setzen wir den stippshaus in den bahnhof so oh gut oh gut und der von huppel nee das geht nicht geld immer ja noch genug wenn wir genau aussetzen dann macht das höher schwer ist ne so muss es gerade sein muss man mal gucken Das sieht schon sehr huppig aus. Ich bin mal gespannt ob ich da runter komme. Wo sieht die Schiene? Das misst lange. Okay wir fangen auch von hier an am besten. Ach wir mal alles verzieht wieder. Das war der erste. So können wir es rein theoretisch machen. Ich schmummle die Strohs weg. Wo müssen wir hin? Ich will lieber einen Tunnel. Schau mal bis es da unten ist. Ja so. Ja so. Ja so. So können wir es mal holen. Dann haben wir wieder ein mega Tunnel. Ja so ein Tunnel würde auch kein normaler Mensch machen. Aber hier können wir es. So. Lassen wir mal speichern. So. 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 lassen wir es mal mit laufen. Natürlich geht es nicht. So. 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 so få otra BP zu solar UM. so war ja beinahe Wäahe 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 Wäahe. da Wäahe Wäahe Wäahe. saión Uaheả Wäahe 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 so in etwa kann ich nicht eins logisch noch mal zwei tunel ausgängen das können wir ganz schweizig ob in der haufe gekauft das andere kleise nachher warum probierst du es immer so Wir haben also 2 Tunnelportale, ja kommen wir machen. So jetzt sind wir in Schipshausen angekommen. Was wir an der City, da oben. Das Industriegebiet ist da, da können wir auch wieder so einen Kopfbahnhof machen. Dann müssten wir aber, wei ob das geht, so geht das sogar mal. Können wir noch 1 Tunnel. So. 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 hier. So. 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 jetzt müssen wir schauen, dass wir da ein kleber drüber schauen Nein, das wird zu gut, ich muss mal gucken was mit meiner Maus los ist, die verzieht Ach, da müssen wir gucken, Vorsicht Weil, kann es sein, dass ich da schief entlang schicken will Oh jesus Ich glaube da müssen wir eins machen, also gleich über die 2 Füße drüber Da komme ich so nicht rum Schwierig Ich muss halt hier entlang wegen dem Ölfeld So kann es gehen Das müssen wir so machen Jetzt habe ich sagen, also wir haben ja gar nicht gebaut Ich kann mal scheibe auf ihm, ich mache So Jetzt gucken wir mal zurück Hier geht es Hier können es Probleme Ah, geil Wunderbar So, jetzt noch rüber die Brücke Klappt ja wunderbar 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 Genauso da sieht man ja so ein Sauvier-Eck Guck mal, der Bausch ist mal fertig Doch, nö Ganz kleines So Guck mal, der ist schon noch ganz kleines versteckt Ja, das können wir so machen So Hätten wir die Jochen So Noch ein paar Verschönerungs-Arbeite Wo kommt der raus da, oder? So 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 ich bin gespannt ok ihr lieben ich wünsche euch was haut rein bis zum nächsten mal